So, ich probiere gerade meinen ersten Cidre. Cidre ist ein Apfelschampagne, speziell für die Breptan, ganz bekannt. Und was jeder wissen muss, wenn er in die Breptan kommt, der Cidre wird immer im Kaffeehefel servieren. Das ist kein Kaffeehefel, das ist ein Cidrehefel. Ganz wichtig, nicht Kaffeehefel sein, ich glaube es nicht mit der französischen Ehefrau. Und jetzt gozen wir das mal. Er riecht ganz, ganz smart, Gentleman's Smell. Also überhaupt nicht stark, nicht so wie die in Wien. Ah, Soka, das sind die... Das schmeckt geil. Leute, Breptan Cidre, das schmeckt... Das schmeckt nice, das ist Alkohol. Ja, 4%, sehr, sehr, sehr wenig. Also vier Umdrehungen, aber das schmeckt wirklich nice. Also jeder, der kommt in die Breptan, Cidre. Alright. Alles klar, los Home Einrichtung. Ja, wie weiß ich es. Vielen Dank.